Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Körnernexiles mit dem Kampffolf und mir. Hallo Kampffolf! Hallo Proxy! Jo, wir sind hier am Rüstungsmachen. Erstmal nur die leichte, dann gehen wir farmen und dann gibt's Eisen, 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 Eisen. So, Stiefelchen sind auch gleich fertig. Dann können wir eine aufgestiefelte Cutter machen. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch so einen Drinksack. Wenn ich das jetzt richtig sehe, habe ich noch gar keinen gemacht. Mach dir doch eben einen. Genau. Nach den 14 Wänden und noch neun Zwirn geht's dann auf zum Drinksackbasteln. Die Zwirn hauen wir mal noch hier rein. Dann haben wir 150, knapp 170, ne 155 Zwirn. Ist auch nicht schlecht. Ähm, ja. Das muss jetzt erstmal reichen hier. Schwert könnten wir noch gebrauchen. Das wäre noch ne Idee. Beziehungsweise, wir bräuchten eine... ...Schmiede. Genau. Das war doch eigentlich, glaube ich, die Idee, weshalb ich angefangen habe mit Ziegel und mit Eisenbahn. Die Schmiede. Jetzt weiß ich's wieder. Tata. Die war der Grund. Für... ...das hier. Da fehlen noch Eisenbahnen. Und zwar... ...55. Okay. 50. Nun denn. Also, wir bräuchten auf jeden Fall Eisen. Naja. 50 Barren fehlen noch. Dann könnten wir die Schmiede bauen. Also, würde ich sagen, komm mal die Ausrüstung abholen. Oder hast du schon? Ne, hab ich noch nicht. Aber ich kann mich grad nicht bewegen. Das ist, äh, weniger günstig. Falls ein Krokodil wiederkommt. Mhm. Zum Beispiel. So, was haben wir hier? Mittlere Gamaschen. Oberschenkel. Ne, das brauchen wir nachher erst. Wo ist denn der andere da? Ähm. Habe ich den jetzt eigentlich gelernt? Nö, ne? Ich dachte jetzt grad irgendwas fehlt auch da. Da fehlt der da. So. Zehn Punkte lasse ich über. Gut. Dann machen wir jetzt den hier noch zwei. Die Wände sind fertig, sehe ich gerade. Dann setze ich die jetzt auch mal. So. Oh. Äh, ich hab 14 Fenster gemacht. Na gut. Kein Beinbruch, dann sitzen wir die heute auch auf. Dann kannst du auch wasserseitig kannst du die Fenster auch unten hinsetzen. Wasserseitig. Ja hier unten die zwei kannst du noch die Fenster hin machen und... Die da hinten wo jetzt der sind. Oder frei sind. Ja genau. Genau. Okay. Okay. Und da hier die ganze Wasserfront lang. Okay. Jetzt bin ich schon wieder leer. Hehehe. Hehehe. So flott geht das. Äh, ich mach mal hier kurz Schnabulierung. Okay. 50 Insekten, alter Schwede. So, mein Beutelchen müsste doch eigentlich... Wo ist denn der schon wieder hin? Hat der sich hier wieder weggebackt? Weiß ich nicht. Ja wahrscheinlich. Das hatte ich letztens auch schon mal. Da hatte ich irgendwie, äh, die Zwirn woanders hingelegt. Das wird jetzt wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Und schwuppdiwupp. Ware weg. Was haben wir jetzt eigentlich? Ah. Jo. Das dürfte die Ursache gewesen sein. Achja. So jetzt aber hier. Ja. Einmal dringend. Sack. To go. So. Nehmen wir das Schürzchen und dann können wir eigentlich los, ne? Hm, so in etwa. Dann mal gucken. Na, immer Wasser tanken. Gluck, gluck. Ich will immer noch das Steinschwert reparieren. Hätte ich jetzt Stein dabei, wäre es gut. Mit welchen Namen? Pfff. Nö, ich klopft mir grad noch die zwei Brocken. Das geht ja sehr flott mit der, äh, soll ich jetzt eigentlich hier ganze Holz noch mitschleppen? Hm. Wozu? Du brauchst den Platz ja nachher für die ganze Zeit. Das ist leicht überflüssig. Das klatsche ich mal noch in die Kiste. Ach, da ist ja noch ein Trinksack. Wer hat denn den da hingelegt? Das ist wahrscheinlich Stein noch, weil ich habe einen in der Tasche. Hm. Hat dich schon einen gebastelt? Das ist jetzt aber, hm, 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 hm. Leicht, äh, vergesslich. Äste brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Wenn du welche brauchst, kannst du unterwegs welche aufsammeln. Jo, und 74, okay, na gut, was zu essen. Kann man ja nicht, so. Dann, äh, Mittag ist so das, ne? Kurzen Nachmittag. Ja, keine Ahnung, so, so in etwa, so langsam aufbrechen. Schon nachmittags, ja. Wo bist du? Ich und am, beim Wasser, ich wollte doch grad die letzten Treppen fertig setzen. Ah, dann trinke ich noch zwei Schluck. Obwohl ich es wieder vergesse. Ah, schön sieht's aus, ja. Hm, das ist aber nicht so schön. Man kommt aber nicht so 100% drauf, ne? Ne, man kommt, rauf kommst du schon, aber. Oder hängt die, ah ne, die hängt ein bisschen in der Luft. Ja. Ja, aber man muss sich hier kurz dücken, ja, das ist ein bisschen blöd. Wie geht das mit ducken gleich nochmal, hab ich ganz vergessen. Also bei mir ist es mit, mit der STRG. Naja. Ja, muss man nochmal abändern. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Oh, so, in etwa. So langsam aber sicher. Noch den unnötigen Ballnast hier lassen. Toten. Ja, den ich grad mal nicht brauche. Jetzt wird's aber sehr schnell. Ja, ja, mit der Dunkelheit geht es sehr schnell. Übernachten war unter freiem Himmel. Könnte aber noch ein Screenshot machen. Sieht ja schon ganz passabel aus. Den wir erst an der Kohle vorbei. Ja, muss dahin nehmen? Ja, die Kohle soll hier direkt hinter dem... Die ersten zwei Kohlebrocken liegen da hier direkt an der Grenze. Na, okay. Oder hier hinter dem Kaktus. Einfach nur, um eine Fackel zu haben. Dann können wir ja auch im Prinzip... Erstmal die Fackeln machen. Theoretisch. Weil, wenn wir schon draußen übernachten wollen... Ja, müssen wir denn nicht. Wir können jetzt einfach wieder einen Berg runter und dann die Fackeln basteln und dann den nächsten Sachen los. Könnte man auch. Dann hätten wir zumindest mal Beleuchtung. Ich hatte tatsächlich vergessen, dass da Fackel... äh, Kohle rumliegt. Ja, also ich würde mal sagen, mit den 400 Kohle, die ich jetzt allein schon bei habe, reicht das aber locker. Komm drauf an, was du mit der ganzen Kohle machen willst. Ja, erst mal Fackeln. Ja, ist schon klar. Für Fackeln reicht das auf jeden Fall. Und dann können wir auch schon anfangen, die Schmieden mit... äh, Quatsch, die Schmelzen mit zu besetzen. Oh, ich habe schon wieder zu viel Gewicht. Oh, ich sehe mich jetzt auch gerade. Mist. Äh, dann legen wir ein bisschen Stein ab. Macht ja nichts. So, geht wieder. Dann gehen wir mal runter wieder. Könnt ihr eigentlich schon mal anfangen mit Fackeln? Ah, Stöckchen brauchen wir noch. Nein, liegen ja hier rum. Du brauchst dich nur zu bürgen. Tue ich. Jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Haha. Oh, oh, Nasehorn. Nicht gut. Nicht gut. Ähm. Irgendwas ist dir faul. Meine stamina geht gar nicht runter. So, so eine Tragödie aber auch. Bei dir? Keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich stehe gerade. Ähm. Das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen, weil ich jetzt hier den Berg runter gelaufen bin. Im Gedanken, das Nashorn könnte mir hinterher haubsen. Aber irgendwie. Salz. Hm. 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 Ich mache mal ein paar Fackeln. Ich auch. Ich mache mal 10. Ich mache mal 10. Aber, ähm, nicht jetzt unbedingt überall die Standfackeln. Wir können ja vor den Eingangstüren diese Wandfackeln machen, ne? Naja. Mit der Halterung. Ich mache, ich mache auch beide Sorten von Fackeln. Gut. Dann mache ich mal 5,5. Weil gleich wird es wieder dunkel. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Schellenfackel. Tschüss, das dauert noch. So. Kann sich hier noch um Stunden handeln? Was wacht der Magen? Der Magen sagt, da passt noch was rein. Flup, flup, flup. Völlig. Ach, ist das so herrlich düster. Oh ja, ich glaube, es könnte gleich wieder hell werden. Ich gehe schon mal die Skin-Kohle in die Schmelze reinlegen. Und es wird wieder hell. Da-da. Fast schon pünktlich. Können wir dann gerade die Fackeln dran machen? Schon fast viel zu schnell. Da lohnt es sich fast gar nicht, die Fackeln aufzustellen. Ja, ich müsste noch ein bisschen was rum experimentieren. Ich glaube, so doppelt so lange wäre adäquat. Doppelt so lange Nacht und nur halb so viel Multiplikator beim Ertrag nach dem Ernten. So. So. Es kommt einem schon ziemlich lang vor, die Zeit, wo das dann braucht, um das alles fertig zu craften. Und. So. Und setzen wir die mal. Einmal. Zwei Mal. So. Oh. Ok. So. So. So rein in die Ecke. So. Ach da haben wir noch eine. Hm. Hm. Oh da ist aber schön hell jetzt. Ich würde mal sagen da beim Eingang noch eine. Gut. Laten wir mal los. Ich mach mal die Kohle noch weg. Wollte grad sagen. Die kann man ja gemütlich in die Schmelze rein klatschen. So. Steinebombe auch nicht unbedingt außer zum reparieren hier. Jo. Ready for take off. Die Schmelze müssen wir eigentlich ausmachen oder? Da ist ja nicht mehr viel drin oder? Hast du was nachgelegt? Ne. Nachgelegt habe ich jetzt nicht wirklich. Na gut. 98. Dann könnte ich nochmal die 100 hier mitlegen. 300. Na. Dauert ein Weilchen ne? Mhm. Na dann laden wir mal los. Im Moment dauert das. Auf in den Kampf. Was für ein Kampf. Naja. Die paar Meter bis hoch. Se. Tja. Tja. Also meine Stamina. geht definitiv nicht runter das ist sehr seltsam ist mir auch gerade so aufgefallen scheint neues feature zu sein nicht dass wir jetzt so beschweren würden aber ja interessant schnell durchlauf wortwörtlich dann macht das ja auch jetzt hat sie sich verbraucht ja offensichtlich verbraucht sie sich nur beim kampf das ist ja mal witzig aber die setzen ganz klein Tick runtergegangen und wir wollen eins so 0,5 Prozent oder so was wird beim Kampf geht bei mir auch nichts weg das ist sehr seltsam und keine Ahnung vielleicht liegt es daran wie fest man zuhaut oder keine Ahnung Sachen gibt bei mir ist auf jeden Fall ein ganz kleiner Teil weg recht ja jetzt hat er sich aber wieder aufgefüllt aber hat dann nehmen wir noch mal glatt was mit nicht nö wir gehen einfach wieder runter wir wollen doch nur mal gucken nicht anfassen ups halber Berg weg gehauen das geht aber relativ die brauchen wir nicht die brauchen wir ja da dann Ach, da ist wieder unser schwarzes Nashorn. Trö-rö. So, ich bin gleich voll. Und ich gleich tot, weil du mich wegziehst. Wo bist du denn hin? Ich war auf der anderen Flussseite noch die Steine abkloppen. Ah. Hast dich schon mit den Leuten angelegt? Ja, zu leicht. Zu leicht mit zwei Schützen. Und zwei Kriegern. Äh, ist das nicht ein bisschen viel jetzt schon um die Uhrzeit? So viel Aufsehen erregen. Und noch ein Hähnchen. Aua! Aua! Autsch! Ich glaube, ich mach mich mal... Ich bin zu schwer. Mist. Ich muss mich mal etwas aus dem Schutzfeld begeben, sonst bin ich gleich down. Ja. Wollten wir nicht zuerst was Produktives machen, statt gleich zu sterben? Ich wollte doch nur die Eisenbahnen, Eisenklumpen mitnehmen, mehr wollte ich gar nicht. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4... Ich glaube 600 habe ich jetzt bei. Das müsste eigentlich reichen für das erste. 95% voll. Ich könnte mal wieder kurz mein Schwert reparieren. Ach ja, was ein Spaß. Wo ist mein Bogen? Weiß ich nicht, wo du deinen Bogen gelassen hast. Ich sehe den Wald über Bäume nicht. Ach, da unten ist er. Ach, ich kann hier aber kein Bogen bauen. Nix dabei. Kein Material. Nein. Ich habe die Bogen schützen geplättet. Okay. Ja, die weichen mittlerweile aus, äh. Doch, so schlau? Mhm. Die verschieben sich, wenn du die getroffen hast. Hups, und weg ist bei uns also auch schon. Also ich mache mich jetzt mal auf den Rückweg. Hier sind ja auch noch Klumpen. Naja, viel Lichter. Ja, genau. Die Auswahl ist ja riesig. Also. Aber jetzt habe ich echt genug. Sonst geht mal wieder nix mit bewegen. Ähm, ja. Wir haben auch schon wieder überzogen, sehe ich gerade. Dann, ähm, sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.